Und alsbald am frühen Morgen hielten die Hohe Priester Rat, samt den Ältesten und Schriftgelehrten und das ganze Synnedrinium. Und sie banden Jesum und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die Hohe Priester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wiederum und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie viele sie wieder dich zeugen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich verwunderte. Auf das Fest aber pflegte er ihnen einen der Gefangenen freizugeben, um welchen sie baten. Es war aber einer, genannt Barabbas, mit seinen Mitaufrührern gebunden, welche in den Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge erhob ein Geschrei und fing an zu begehren, dass er täte, wie er ihnen alle Zeit getan. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohe Priester ihn als Neid überliefert hatten. Die Hohe Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete und sprach wiederum zu ihnen, Was wollt ihr denn, dass ich ihm tue, welchen ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er dem Böses getan? Sie aber schrien übermässig, kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge will fahren wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesum. Nachdem er ihn hatte geiseln lassen, auf das er gekreuzigt würde. Die Kriegsknechte aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Praetorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen. Sie legten ihm einen Purpur an und flechteten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spiehen ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, auf das sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trüge. Und sie brachten ihn nach der Stätte Golgatha, was heisst Schädelstätte. Und sie gaben ihm Wein mit Mirre vermischt zu trinken, aber er nahm es nicht. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über diesen warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. Und die Überschrift seiner Beschuldigung war oben über dem Kreuz geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, indem sie ihre Köpfe schüttelten und sagten, Ha! Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuze. Gleicherweise spotteten auch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israel, steige jetzt herab vom Kreuze, auf das wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Als es aber die sechste Stunde war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was verdolmetscht ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als etliche der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft den Elias. Es lief aber einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und drängte ihn und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elias kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber gab mit einem lauten Schrei von sich und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er also schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es waren aber auch Weiber, die von Ferne zusahen, unter welchen auch Maria Magdalena war und Maria, Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, welche auch, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Und als es schon Abend geworden war, wieweil es Rüsttag war, welches der Schabbat vorsah, kam Josef von Arimathea, ein ehrbarer Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sei, und er rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er dem Josef den Leib. Und er kaufte feine Leinwand, nahm ihn herab und wickelte ihn in die feine Leinwand und legte ihn in eine Gruft, die aus einem Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Jesus, remember me when you're coming to your kingdom Jesus, remember me when you're coming to your kingdom Jesus, remember me when you're coming to your kingdom Jesus, remember me when you're coming to your kingdom